Moin zusammen, heute geht's darum, wie man den Winkel zwischen zwei Vektoren bzw. zwischen zwei Geraden bestimmt. Viel Spaß! Also, ihr habt zwei Vektoren gegeben, die nennen wir A und B. Und wir wollen jetzt den Winkel zwischen diesen beiden Vektoren herausfinden. Das Einzige, was wir dazu benötigen, ist diese Formel hier. Oben, da rechnet ihr das Skalarprodukt von den beiden Vektoren aus und wenn da was Negatives rauskommt, dann wird es durch die Betragsstriche positiv. Und unten rechnet ihr die Länge von Vektor A aus und nehmt das mit der Länge des Vektors B mal. Und dann müsst ihr das Ganze nur nach Alpha umstellen und habt den Winkel. Ihr könnt diese Formel benutzen, um den Winkel zwischen Vektoren bzw. den Winkel zwischen Geraden auszurechnen. Bei Geraden ist es aber ganz wichtig, dass die Geraden einen Schnittpunkt haben. Denn bei windschiefen Geraden entsteht natürlich kein Winkel zwischen den Geraden. Wir machen mal ein Beispiel zu der Formel. Wir haben die beiden Vektoren 0, 3, 4 und 2, 2, 1 gegeben. Und zwischen denen wollen wir jetzt den Winkel berechnen. Na dann schauen wir uns doch mal unsere Formel an und machen es damit. Einfach die Vektoren einsetzen und dann mit dem Rechnen loslegen. Oben im Skalarprodukt, da rechnen wir 0 mal 2 plus 3 mal 2 plus 4 mal 1, das ist 10. Und unten bei der Länge müssen wir ja die Wurzel aus dem Quadrat aller Einträge berechnen. Beim ersten kommt da Wurzel 25, also 5 raus und beim zweiten Wurzel 9, also 3. Insgesamt haben wir da jetzt stehen, Cosinus von Alpha ist gleich 10 durch 15. Und wir wollen ja Alpha haben, weil das ja unser Winkel ist. Also müssen wir auf beiden Seiten Cosinus hoch minus 1 rechnen. Dann steht da Alpha ist gleich Cosinus hoch minus 1 von 10 durch 15 und das ist 48,19. Der Winkel ist also 48,19 Grad groß. Hier immer drauf achten, dass ihr den Taschenrechner auf Gradmaß eingestellt habt. Und das war's auch schon. Im Beispielvideo schauen wir uns da noch ein paar mehr Beispiele an und gucken uns auch den Fall an, dass wir 2 Geraden gegeben haben. Da macht man es dann einfach mit den Richtungsvektoren. Merkt euch aus diesem Video hier einfach die Formel, die ihr benutzt, wenn ihr den Winkel zwischen 2 Vektoren bzw. 2 Geraden berechnen wollt. Und immer dran denken, die Geraden müssen einen Schnittpunkt haben, damit man den Winkel zwischen ihnen berechnen kann. Wenn euch unser Video weitergeholfen hat, dann könnt ihr uns im Gegenzug weiterhelfen und ein Like und ein Abo bei uns lassen. Würden wir uns echt drüber freuen. Und wenn ihr Nachhilfe sucht, dann mal bei uns auf der Website reinlucken. Macht's gut Leute.